Ja, hallo? Hey, hier ist Yoshi. Wenn du sehen könntest, wo Papa und ich gelandet sind. Ja, Alter. Ja, ist ja nur vorübergehend, bis ich einen neuen Job brauche. Diesen Typen. Da wird einem ganz anders. Und dann dieser Hausmeister. Moin, ey! Ein richtiger Penner. Sieben drauf! Sie machen ganz offen ihre dunklen Geschäfte. 400 Ditschen. Setz dich auf die kleine Russenbraut. Das wirst du nicht bereuen. Mit einem Jungen musst du mich am Anfang zwar noch prügeln. Freunde! Aber dann sind Nico und ich echt gute Freunde geworden. Nicos große Schwester ist Boxerin. Na, kleiner Bruder? Na, große Schwester? Die kommende Meisterin. Und dann ist da noch Jessi. Die ist wirklich klasse. Dein Vater nennt ihn Yoshi. Yoshi? Hey, Jessi. Stehst du auf den Typen? Und sie mag mich auch. Ist du blöd? Wie soll das wirklich sein? Stimmt das, was Nico gesagt hat? Dass ihr zwei... Also... Das hat er gesagt? Aber wir sind doch zusammen. Würde hier sowieso keiner verstehen, dass du tanzt. Eine vielleicht. Nee, oder? Aber wenn sie dich liebt... Ich spare nem Freund doch nicht die Freundin aus. Ehrenwort! Wir wollen uns beide... Ja, wir wollen uns beide zusammen. Wir machen uns gemeinsam. Wir machen uns doch noch domen.